Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 begann ein neuer Verkehrsvertrag im Taunusnetz des Rhein-Main-Verkehrsverbunds. Damit verbunden war der Beginn des Einsatzes von mit Wasserstoff betriebenen Zügen, die den gesamten Verkehr auf den vier betroffenen Linien übernehmen sollten. Nach einem Jahr ist es an der Zeit für einen Rückblick auf die bisherigen Einsätze und zum Teil noch immer bestehenden Ersatzkonzepte. Das Taunusnetz wurde bis 2022 von der Hessischen Landesbahn betrieben und umfasste die Linien Frankfurt-Königstein, Höchst-Bad Soden und Bad Homburg-Brandoberndorf. Neuer Betreiber ist seitdem die DB-Tochter Regionalverkehre Staat Deutschland, das Streckennetz wurde zugleich um die Linie RB16 nach Friedberg ergänzt. Die Durchbindung von Bad Homburg zum Frankfurter Hauptbahnhof im Berufsverkehr blieb bestehen. Aufgrund diverser Verzögerungen standen von den 27 bestellten Wasserstoffzügen des Typs Elend zum Fahrplanwechsel nur wenige Fahrzeuge zur Verfügung, sodass zunächst fast ausschließlich Ersatzfahrzeuge unterwegs waren. Am unauffälligsten gestaltete sich daher der Betreiberwechsel auf der Sodener Bahn, wo die Hessische Landesbahn zunächst im Auftrag der Regionalverkehre Staat den Betrieb wie bisher fortsetzte. So wurde auch die auf der Strecke vorhandene Oberleitung weiterhin genutzt und es pendelte wie bisher ein Fahrzeug der Baureihe 1440 auf der kurzen Strecke zwischen Frankfurt-Höchst und Bad Soden. Diese Fahrzeuge setzte die Hessische Landesbahn erst seit wenigen Jahren auf der Strecke ein, zuvor wurde mit Dieseltriebzügen gefahren. Für die Königsteiner Bahn mit der nach Frankfurt-Hauptbahnhof durchgebundenen Regionalbahnlinie 12 wurden für die ersten Monate normale Diesellind angemietet. Diese übernahmen bis auf Weiteres den Gesamtbetrieb auf der Strecke. In Königstein standen nach dem Fahrplanwechsel noch abgestellte VT2E, die von der Hessischen Landesbahn als bisherigen Betreiber seitdem nicht mehr eingesetzt werden. Die gemeinsam mit den VT2E auf der Strecke eingesetzten HLB-Lint standen ebenfalls nicht mehr zur Verfügung, da sie den Betrieb auf der Lentjesbahn zwischen Niedernhausen und Wiesbaden übernahmen. Da sich die Ersatzfahrzeuge in einem guten Zustand befanden und meistens mit mehreren Zugteilen gefahren wurde, ergaben sich für die Fahrgäste keine gravierenden Nachteile, zumal der Fahrplan nicht eingeschränkt werden musste. Nachdem eine ausreichende Verfügbarkeit der Wasserstoffzüge auch für April nicht zu erwarten war, wurde ein neues Ersatzfahrzeugkonzept erstellt. Seitdem fahren zwischen Frankfurt und Königstein wieder Lint der Hessischen Landesbahn. Es handelt sich dabei um Neufahrzeuge, die eigentlich ebenfalls ab Fahrplanwechsel in der Wetterau eingesetzt werden sollten. Das Zugpersonal wird allerdings wie auch zuvor von Regionalverkehre startgestellt. Die HLB-Lint lösten ab April auch die Baureihe 1440 auf der Sodener Bahn ab. Im Rahmen von Bauarbeiten kam es so mehrfach zur Durchbindung der Züge aus Königstein nach Bad Soden, was im Bahnhof Frankfurt Höchst ohne Richtungswechsel möglich ist. Die Oberleitung der Sodener Bahn blieb somit bis auf unregelmäßige Leerfahrten wieder ungenutzt. Statt mit Elektro- oder Wasserstoffzügen wurde wieder mit Diesel gefahren. Statt mit Elektro- oder Wasserstoffzügen Für das Wetterau-Netz der Hessischen Landesbahn haben die Fahrzeugeinsätze im Taunusnetz eine verzögerte Umstellung auf die neuen Lint bewirkt, sodass die älteren GTW 2.6 auch nach einem Jahr noch häufig anzutreffen sind. HLB-Lint sind auch nach wie vor auf der RB-Linie 16 nach Friedberg im Einsatz. Die Wasserstoffzüge waren nach dem Fahrplanwechsel lediglich auf der Taunusbahn anzutreffen, wobei die meisten Fahrten mit weiteren Ersatzfahrzeugen durchgeführt werden mussten. Somit war auch die Anzahl der Fahrten zur Tankstelle in den Industriepark Höchst zunächst sehr gering und nimmt seitdem nach und nach zu. Auf dem Weg zum Industrieparkanschluss durchfahren die Züge den gesamten Bahnhof Höchst. Dafür wurden zusätzliche Weichenverbindungen geschaffen, sodass unterschiedliche Fahrwege zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite der Farbenstraße beginnt hinter der Bergmauer das weitläufige Gelände, auf dem zuvor ausschließlich Güterverkehr stattfand. Die Tank- und Abstellgleise befinden sich jedoch in Sichtweite der DB-Gleise und somit am Rand der umfangreichen Gleisanlagen. Betrieben werden diese von der Infrastruktur Höchst mit einem eigenen Stellwerk. Die meisten Tankfahrten verlassen Höchst in Richtung Bad Homburg, denn auf der Taunusbahnlinie RB15 sind mittlerweile ausschließlich Elend im Einsatz. In Bad Homburg sind die Fahrzeiten auf die S-Bahnlinie S5 abgestimmt. Während des Richtungswechsels bleibt Zeit für einen Blick auf die Fahrzeuge. Gut zu erkennen ist der nach oben ausgestoßene schadstofffreie Wasserdampf. Der Betrieb wird derzeit noch überwiegend mit einzelnen Fahrzeugen abgewickelt, während früher im Berufsverkehr Züge mit zwei oder drei Einheiten regelmäßig im Einsatz waren. Immerhin sind die Wasserstoffzüge jedoch etwa 17 Meter länger als ihre Vorgänger. Wie auch die Strecke nach Königstein wird die Taunusbahn am Friedrichsdorf von der hessischen Landesbahn betrieben. Da der Betreiber unabhängig von den Verkehrsverträgen des Rhein-Main-Verkehrsverbunds ist, verkehren hier somit erstmals Züge eines anderen Verkehrsunternehmens planmäßig auf der Infrastruktur der HLB. In Zukunft soll mit der Verlängerung der S5 von Friedrichsdorf nach Husingen sogar der S-Bahn-Betrieb auf dieser Teilstrecke aufgenommen werden. Letztere konnte inzwischen auch ein neues elektronisches Stellwerk für die gesamte Taunusbahn in Betrieb nehmen, welches das vorherige ESTW von 1993 ersetzte. Einige Fahrten auf der Taunusbahn wurden bis zum Fahrplanwechsel noch durch Busse ersetzt, die sämtliche Zwischenhalte wie hier den Bahnhof Wehrheim bedienten. Auf der Königsteiner Bahn begannen die ersten planmäßigen Einsätze der Ilin schließlich im November 2023. Die Strecke soll nun vollständig auf die neuen Fahrzeuge umgestellt werden, während auf der Friedberger Linie auch über den Winter noch mit Diesel gefahren wird. Das vielleicht erstaunlichste Kapitel des Ersatzverkehrs begann Ende September 2023 auf der Sodener Bahn, die nach Wochen mit zahlreichen Zugausfällen vorübergehend von der S-Bahn Rhein-Main übernommen wurde. Seitdem pendelt zuverlässig ein Kurzzug auf der Strecke. Meistens wird die Baureihe 423 eingesetzt, an einigen Tagen war auch ein ET 425 anzutreffen. Der reguläre Fahrplan kann somit vollständig angeboten werden. Der S-Bahn-Betrieb konnte aufgrund der Streckengeschichte relativ leicht aufgenommen werden. Von 1979 bis 97 verkehrte hier die S-Bahn-Linie S3, die heute in Bad Sohden wendet. Statt zurück nach Frankfurt-Hauptbahnhof zu fahren, setzten die Züge früher ihre Fahrt nach dem Richtungswechsel über die kurze Strecke nach Höchstfort. Dementsprechend wurde die Strecke damals auf S-Bahn-Standard ausgebaut und vor allem elektrifiziert. Einige Hinweise auf die S-Bahn sind auch heute noch an den Stationen zu finden. Ob der S-Bahn-Betrieb zum Fahrplanwechsel endet und die Regionalverkehre Start wieder übernehmen, stand Mitte November noch nicht fest und hängt von der Fahrzeug- und Personalverfügbarkeit ab. Die planmäßig zeitgleiche Einfahrt von S3 und RB11 in Bad Sohden bietet mit zwei S-Bahnen bis dahin ein ganz besonderes Motiv. Untertitelung des ZDF für funk, 2017